Und damit herzlich willkommen zurück! Hi! Fans von Feschi! Welche denn? Die! Ach, der, der gerade geschrieben hat, ja, okay! Der einzige Fan, den ich habe! Was? Sehr froh, dass du Fans hast! Alter, du hast hier einen Lag wieder! Ich habe keine Fans, ich habe einen Fan! Ich mag das Wort Fan nicht! Alter, ich habe gerade Todeslags! Ja, ich auch! Ich kann nicht mal meine Workbench öffnen! Au! Oh, ich habe Redstone oder sowas! Ah! Ja, Redstone! Du weißt, man kriegt nur drei Leitern von so vielen Sticks? Geh weg da! Was soll ich nochmal machen? Geh da weg! Ich denke... Ach, ja! Jetzt ist die Scheiße da nochmal! Grapple, genau! Au! Jetzt bin ich runtergefallen, weil ich die falsche Taste gedrückt habe, übrigens! Und ich habe Diamant gefunden! Alter, was? Alter, ja, cool, Kirschi! Was hast du gefunden? Diamanten? Diamant! Gut gemacht! Shotgun meine! Shotgun! Ich habe jetzt wieder zwei Leiter! Oder halt auch nicht! Okay, da hat kein weiteres! Ich fall da und du bringst auf die Schnauze! Weil sie laggt! Ich habe hier übrigens auch schwarze Eichentreppe! Hier bin ich aufgesammeln! Geh ich brauche! Ich fall hier mal hier rein! Ich glaube, die Söplings sind in der Kiste, hat dem Jörg mir das vierte Mal nicht geantwortet! Jetzt habe ich keinen Bock mehr! Oh! Sie sind... In der Kiste, wir haben fünf Stück nur! Oh shit! Wenn die irgendjemandem abbringt, bringe ich nur um! Ja, immer noch! Entschuldigung, ich lebe! Was ist denn mit der anderen passiert? Wir hatten nur fünf! Ach so! Äh, kann euch immer das Loch da füllen gleich? Ich mach's immer so einfach! Ich mach schon! Äh, da vorne das Creeperloch! Oh, leck das! Habe ich ne Fackel dabei? Ja, ich hab ne Fackel dabei! Sonst bohnt da drin nämlich nichts mehr! Ja, ich baue Lächer nie ganz zu, weil das mir viel zu viele Ressourcen frisst! Okay! Warte! Wow! Dreck-Ressourcen, von denen wir so wenig haben! Dreck ist das Wichtigste, was es gibt! Allerwichtigste! Ja, kannst du auch! Ich baue das einfach zu! Kannst du auf Cobblestone anbauen? Ja, kann man! Es ist schon zu, Freddy! Es ist schon zu! Nein, ich fülle das jetzt komplett aus! Nein! Doch! Ah, hi, Eisen! Freddy! Hast du volles Leben? Nein! Lass das! Oh mein Gott, Alter! Was ist denn los? Lass mich das einfach zubauen! Das kostet viel zu viele Ressourcen, die sind wichtig! Genau, wir haben ja so wenig Dreck! Ja! Ja! Das wird schlafen! Das wird schlafen! Du sollst fast die ganze Kiste damit voll haben! Das ist wenig! Genau! Es ist wenig! Viel zu wenig! Genau! Und mehr! Nimm wenigstens Cobblestone zum Vollbauen! Achso! Ja, sorry! Davon haben wir zu viel! Dem braucht eh kein Mensch! Ne, brauchen wir nicht! Ja, läuft! Oh, Mann! Ich hasse es durch Türen zu laufen! Ich komm hier rein, zweiter Part vom Let's Play und ich hab schon jemand! Ja, OnePie hat ja schon den ersten Part, jemand! Was? Ah! Lava! Oh mein Gott! Tschüss! Ciao! Ciao! Warum ist unsere Decke doch gleich so hoch? Im Prinzip! Ich hatte eigentlich vor das Lagerhaus dann noch ein Stockwerk höher zu machen, weil sie ein Größeres brauchen! Nein, wir machen es einfach breiter! Ja, ich werde es in Part! Höhe! Ach, tschüss! Höhe! Lohnt sich nicht! Ah, man nennt das alles auf! Nimm Fisch hier noch auf! Ich nehm noch auf, ja! Ich glaub ich schalte auch keine Aufnahme! Ich werde, wir hatten noch ganz viele davon, oder? Was? Nein, wir hatten keine mehr, wow! Ähm, heute nicht Stufen, sondern Slaps! Ich nehm ja auf Englisch auf! Und nicht auf Deutsch! Wer das deutsche Sprachpack nicht mag! Ich nehm auch auf Englisch auf! Ja, es liest sich einfach viel besser! Echt nicht! Ja, ist viel cooler! Tschüss! So, ich nehm jetzt gleich auf! 3, 2, 1... Ahoi Leute! Und willkommen zu einem neuen Part vom MMM-Projekt! Ja, ich hab jetzt, ähm, die Büchereien, also Bücherei, was auch immer hier, hab ich ein bisschen weiter gebaut! Ich hab jetzt mit Holz ausgebaut! Und ja, wir müssen jetzt warten, dass wir Leder finden, weil, äh, beziehungsweise Leder farmen können, weil die Tiere vermehren sich so langsam! Geh ich schon neu machen! Ja! So, hier mal schnell Rohstoffe hochbringen! Können die mal schnell bumsen hier! Ja, auf jeden Fall, ähm, geben wir's grad Nacht! Und ja, ähm, eine Aim-Guard hab ich nicht aufgenommen, weil die anderen beiden aufgenommen haben, und ja, ich hab sowieso nichts Spannendes gemacht! Ich geh jetzt noch kurz gucken, ob ich irgendwo in der Nähe vielleicht ein paar Kühe fände, die ich schaffe! Und da Freddy sowieso schon weniger Parts hat als ich, ist das auch nicht wichtig! Ja! Du nimmst ja einfach ohne mich auf! Tue ich fast nie! Hast du einmal gemacht? Ja, weil wir noch ein bisschen zocken wollten! Wir sind Jörg und ich! Habt ihr ja gesehen, wenn ihr nen Part bei mir geguckt habt! Hallo, siehst du noch rauszugehen, ist sowieso schon fast da! Abends, äh, nachts! Was machst du da oben? Ich baue die Decke zu! Achso, okay! Und damit herzlich willkommen zu meinem Part! Super, hi! Ahoy! Ahoy! Und da ist... Ist das Huhn entkommen? Kisch, ja, ist das Tor aufgelassen! Nein! Ich war nicht mal in der Nähe von Tieren! Das ist besser so für dich! Ich kenn das! Jedes Mal beschuldige ich mich frei, die so ins zu und so... Jan! Ich will gleich so... Nein! Ich weiß nicht! Das Problem ist nur, meistens war ich's! Oh! Könnt ihr jetzt das Bett geben, bitte? Jo! Ja! Hast du die anderen mal gefragt? Nö! Ja! Ich hab' da durch zwei Menschen durchgelaufen! Nichts mehr gesehen! Irgendwie besteht das Heidel-Let's-Play nur aus Schlafen! Ist auch so! Ja! Ich hab' kein Teil mehr gefragt! Ist doch auch besser so! Ja, ich auch nicht! Das will mir mal sehen! Nein, Keishi! Dein halbes Leben! Ich hätte doch schlafen! Nein, bei mir ist es der Vettel! So! Ich hab' vergessen, dass ich Parton dann doch schon gechanged hab! Scheiß, Mann! Da war ein Creeper! Freddy! Was? Also das ist zerstört! Gar nicht! Ich bin gar nicht mehr in der Nähe von der... Okay, ich bin zu weit weg! Ich bin halt weggegangen! Und dann hab' ich grad' was gestern, weil ich Hunger hatte, weil ich gespannt bin und plötzlich diesen Creeper neben mir! Bist du dort? Ich bin jetzt! Nein, bist du nicht! Aber fast! Hätte ich ja gesehen! Äh, wo möchten wir einen riesigen Wald haben? Also einen riesigen Wald? Eine Baumschule? Nein, eine Baumschule! Eine Baumschule garantiert sich heute nicht mehr! Zumindest wenn man nicht beruhend ist! Ja! Ja, keine Ahnung, äh... Ja, mehr, 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 mehr... Abseits machen und so, äh... In die Richtung, wo ich gelaufen bin! Ah, da hinten ist Gold! In der Cave! Okay, es gibt übrigens auch dieses Jahr übertrieben viele Ressourcen! Ja! Ah ja, stimmt! Da war ja was! Wieso eigentlich nochmal? Weiß ich nicht! Wieso eigentlich nicht! So, also der Dach wurde jetzt erstmal zugebaut! Ich hab' keinen Eimer mit, oder? Der eine Ofen kommt hier jetzt gleich erstmal raus, weil man ihn sieht! Scheiß, wie ich für sich hab' hat hier! Da kommt ja auch Hunger! Dann wär's wieder eingefallen! Oh, wie viel Kohle hier ist! Och, nee! Haben die auch von Kohle mehr gemacht? Hier auf Server? Alles! Ach Gott! Ist das nicht random einfach eingestellt gewesen? Ja, ich glaub' schon, aber ich glaub' die Ressourcen wurden ein bisschen höher gestellt! Nein! Ich weiß nicht mehr, wie man eine eigene Stadt Club macht! Äh, Kompass und Papier drumherum! Na, ich glaub' da meint jemand so eine Merpia wie die macht! Achso! Das meinte ich eigentlich! Die Programmiervariante! Ja, Programmier-Variante! Ja, Programmier-Variante! Das ist einfach... Das würdest du ein Bild malen! Wieso haben wir nur noch zwei Iron-Bars? Okay, dann die Freddy-Bild! Oh, hast gestorben! Was zum... Oh! Give me your dude! Hä? Hä? Versteh! Äh... Was?! Eh, heh! Hey, watch! E-Hack meinst du? E-Hack? Oh, davon redet doch kein Mensch mehr! AP viel Stab! Aber ähm, 4 Let's Play! Ja genau! TP mich mal! Eins, zwei, drei... Vier... Fünf... Ah! Ich baue einen, äh... Stein ab und der spawnt direkt hinterher wieder da! Ja, das war Alex! Scheiße! Hatt ich auch gerade, als ich was gegessen hab! Ich hab doch schon Ruckler! Jetzt muss nicht Sir Alex noch dazukommen! Ja, die Server-Salex sind aber wahrscheinlich noch schlimmer als ein Ruckler! Nein! Doch ernsthaft! Definitiv nicht! Brauch ich immer ein bisschen Schnee vielleicht? Ich bin grad im Schnee-Bio! Ähm, ja, bring mit! Wir haben kein dunkles Eichenholz mehr! Ja, ich muss anpflanzen! Durch die ganze Schnee nicht! Ich hab aus meiner FPS wieder auf 50 gegangen! Ich geh mal auf Lederjagd! Ja mach mal! Ja, bin ich! Bin ich auch grad hier! Aber ich finde hier nicht so viele Kür! Ja, ich bin hier grad in der... Ich bin in Richtung von dem äh... Von dem weißen Berg gegangen, wo wir hergekommen sind! Ich hab keine Ahnung, ob man die Oakwoods-Happlings zu viert aufstellen muss! Ich glaub schon, ne? Wie sollte man die zu viert aufstellen? Weil das vier so dicke Bräume sind! Und man muss... Äh, nein! Aus dem Jungle-Happling wächst auch ein Jungle-Baum! Nein! Da musst du vier aufstellen! Warum wurde ich eigentlich in der Cave nichts abgebaut? Ähm, weil Jörg meinte, die lassen wir, wenn wir alle mal auf dem Server sind! Ja, man muss vier zusammenstellen, sonst geht das nicht! Achso, wenn wir alle vier hier, ne? Oder was? Fünf! Ja, dann passt das ja perfekt! Bin ja da! Wenn wir alle drinnen sind, dass wir alle zusammen reingehen, du Held! Achso! Kein Held! Scheiße, Mann, wir können uns nur einen Baum züchten! From here to here... Okay, er ist da! Ich hab mich grad ein bisschen erschrocken! Ich hab mich verlaufen! Ich glaub, ich hab hier auch irgendwie so ein dunkles Holz gefunden! Kommt man nach wie es heißt? Ja, das sieht so aus wie... Okay, nein, das funktioniert nicht! Ähm, das ist... äh, Fichtenholz! Ja, bring mit! Und Fichten-Sapplings bitte auch! Wie krieg ich die? Gar nicht! Dem du einfach wartest, bis die Blätter despawn! Manche Blätter verdienen dann Saplings! Kann ich die einfach verprügeln, die Blätter? Nein, dann verlieren sie weniger Saplings! Sonst kann ich nicht auf die verdammten Baum drauf! Ja... Einen hab ich! Mal! Zack, zack, zack! Steinabbau! Der wird auch wieder ein! Das ist die einzige Fichte weit und breit, glaub ich! Ach du Scheiße! Das dir gefällt! Das ist Weltkulturerbe! Am Arsch! Das ist Weltkulturerbe! Am Arsch! Das ist Weltkulturerbe! Ja, dann schreib mir das bitte! Dann tp! Ne, nix tp! Wir wurden auch nicht tp'd! Ja, wir mussten auch dann komplett in unsere Stadt laufen! Ja, wir mussten... Alter, ernsthaft, die haben gesagt... Ja, ich wurde tp'd! Nicht unser Problem! Ja, Kirche, du... Wir wurden das erste Mal tp'd! Wir wurden das erste Mal tp'd, ja! Ich bin im Dschungel gespawnt! Ja, hatte ich auch! Bin auch mitten im Dschungel! Das ist nicht mit nem Dschungel! Hallo Jörg! Ich bin hier noch um Minen arbeiten... Hey! Ich hab bisher nur drei, äh, Leder gefunden! Ist eigentlich Dingen so geworden, Baywatch? Hm, ne was? Ja, ja! Okay! Ne, ne, ist doch, doch ist doch... Hab ich grad übersehen! Die verlieren genauso viele, äh, Saplings, wenn ich die einfach verprügel! Na, dann verprügel sie! Ja, na und? Warte mal, ich schreib mir, dann komm zu uns! Ist das, ist das... Bist du... warte mal... Bist du... bei... Wie heißt der Spaßnummer? Nein, natürlich nicht! One Game! Wer ist das überhaupt? Ähm... Der Typ, der... ... ... diese... Heiler war! Achso! Ich hab's komplett falsch geschrieben, oder? Äh, One-Nine-One-Game, keine Ahnung... Was sieht die heißt der Game Chest hier aus? Also der ist nicht in unserem Dorf? Game Chest! Der kann aber nicht in unserem Dorf gehen! Hier steht die einzig, die zu uns gehören kennst du! Achso, ja, stimmt! Hm... Ja, lass ihn gefangen nehmen! Warte mal! Wir nehmen ihn jetzt gefangen! Hehehe, wir haben ein Portal! Wir haben wirklich ein Portal! Ja, es führt nur irgendwie ins Nichts und dann... Es... es führt wirklich zu deren Insel! Ja, man sponnt aber mitten im... ... also im Meer von... ... vor deren Insel musst du hochschwimmen! Wie weit? Nicht weit! 2 Kilometer! Ich bin nicht weit genug! Hi Eisen! Soll ich dir die Fichtensitzlinge einfach in die Kiste packen? Ja, genau! Wow! Alter, ich hab... ... Todeslässt! Wurde er grad geportet vielleicht? Ich würde grad... Ja, ich würde auch grad ein Stück von irgendwo anders hin tippet! Nach vorne! Ja, ich mein, dass er geportet worden ist! Ja? Moment mal! Nee! Ja! Ja! Jo, ich muss jetzt gleich raus! Ich hab noch... Wie viele Minuten Aufnahme? Äh, Moment! Ich hab's keine Ahnung! Ich hab mein Handy grad nicht entsperrt! Noch fünf Minuten! Geht ja! Ja, ich mach andere irgendwie nicht! Äh, wer hat die Ender-Perle da reingepackt? Starved to death! Äh, ich nicht! Äh, ich pack die mal zu Monster Drops, weil egal dahin! Also Drops allgemein! Ihr könnt mir ja gleich mal sagen, was ihr von meiner... Veränderung haltet! Seht aus wie Pisse! Das ist Stere und du magst einen Geschmack? Ja! Nein, das meinte ich jetzt nicht ausnahmsweise! Schade! Ja, dann ist die nicht schön! War das richtig? Das war nicht richtig, ne? Nicht! War's, war's! Was für ne Entfernung man hier eigentlich auch noch ein Blöck abbauen kann! Irgendwer, der hat das Spiel gelinkst! Was? Der hat das Spiel geläftet! Ja, dieser Jenny Boy oder wie er heißt! Jenny Boy? David Boy oder so! David Boy, sorry! Tut uns doch nicht leid, aber... Also wir haben ziemlich viel Essen eigentlich! Eigentlich? Jo! Eigentlich auch! Es gibt hier so viel von allem! Ressourcenparadies! Was hab ich jetzt? Ne! Hä? Okay! Egal! Es ist übrigens am Abend! Jetzt wird man noch gleich fertig! Ja, ich hab hier noch Eisen gepumptet, das mach ich noch ab! Dann komm ich hoch! Oh, hier ist viel Eisen! So! So! Äh... Ich muss erstmal das anpflanzen! Ich glaube, er passt doch demnächst vorbei! Ja, meine auch! Ich meine auch! Zack! So! Dann mal wieder auch! Viel geleistet heute! Viel abgebaut! Brutto-Sozialprodukt gesteigert! Können wir mal gucken wie das aussieht! Das ist bestimmt voll scheiße aus! Geht eigentlich sogar fast! Ja, hier spawnen wieder alles später! Na! Ja! Das wird noch schöner gemacht! Im nächsten Part! Ähm... Ich hoffe, der Part hat euch gefallen! Ja! Macht's gut Freunde! Ich auch! Tschüss! 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 Tschüss!